Hallo zusammen, wir sitzen hier auf unserer Finca, die wir jetzt eine Woche lang hatten und die wir uns vorher rausgesucht haben, weil sie ganz besondere Sachen erfüllen musste. Sie sollte nämlich mitten im Grünen sein und es sollte drumherum möglichst ruhig sein, möglichst wenig andere Anwohner und genau das haben wir hier auch gefunden. Es ist wirklich so ein kleines Paradies. Ganz, ganz viel Grün drumherum, der Pool, der zum Baden einlädt mit immer einem kleinen Schattenplätzchen, eine Veranda, wo man sowohl den Sonnenauf- als auch den Sonnenuntergang sehen kann, einfach wunderschön. Wir haben hier auch einen riesigen Garten außenrum, das Gelände ist sehr, sehr weitläufig, alle Gäste konnten ohne Probleme auch direkt bei uns das Fahrzeug abstellen. Wir haben zwei Gebäude, ein Nebengebäude mit zwei Schlafzimmern, unser Hauptgebäude mit drei Schlafzimmern, so dass man dann auch immer jederzeit irgendwo seine Ruhe aufsuchen konnte und dementsprechend aus den Füßen gehen konnte, wenn man mal irgendwie sich zurückziehen wollte. Wir haben eine riesige Küche, die super ausgestattet ist, direkt offen gestaltet mit einem Wohnzimmer, mit einem Kamin. Den haben wir zum Glück nicht gebraucht jetzt im September, es war noch immer warm genug. Und wir konnten dann auch geruhig Abende auf unserer Terrasse beim Grillen verbringen. Der Weber Grill hat uns besonders begeistert, aber grundsätzlich einfach die Lage der Finca, wie es alles eingerichtet und ausgestattet war, sowie wie die Natur drumherum war. Was für uns ein besonderes Anliegen war, war, dass wir eben auch eine kleine Grillfeier mit Leuten und Freunden, die eben nicht hier übernachtet haben, organisieren durften, was wir im Vorhinein abgeklärt haben und was hier besonders möglich war. Da sind extrem viele rausgefallen und hier war das einfach traumhaft schön machbar. Also wünschen wir euch eigentlich ganz, ganz viel Spaß dabei, bei eurem Urlaub hier auf dieser Finca. Tschüss! Finca Jorca. Urlaub dir was!